Kapitel 1 Übung A2 Hören und lesen Sie Hallo, mein Name ist Pedro Gomez. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Spanien. Mein Geburtsort ist Barcelona. Ich bin in Barcelona zur Schule gegangen. Danach habe ich in Madrid Biologie studiert. 2001 habe ich mein Studium mit dem Masterdiplom abgeschlossen. Nach dem Studium habe ich ein Jahr bei der Firma Santos gearbeitet. 2002 bin ich nach München umgezogen. Ich habe in München eine Stelle beim Europäischen Patentamt bekommen. Dort arbeite ich als Patentprüfer. Ich muss viele Patente lesen und Briefe an Patentanwälte schreiben. Ich bin verheiratet und wohne mit meiner Frau in einer kleinen Wohnung im Zentrum von München. Die Wohnung ist sehr teuer. In meiner Freizeit spiele ich Fußball oder lese Fachzeitschriften. Ich heiße Martina Klein. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich bin in Berlin geboren und auch hier zur Schule gegangen. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zur Sekretärin gemacht. Diese Ausbildung habe ich 2003 abgeschlossen. Seit 2003 arbeite ich als Sekretärin bei K. Co. Ich muss viele E-Mails lesen und schreiben, mit Kunden telefonieren und für meinen Chef Termine vereinbaren. Ich bin noch ledig und wohne bei meinen Eltern. Die Miete in Berlin ist teuer und ich möchte mein Geld lieber für andere Dinge ausgeben. In meiner Freizeit lese ich gern. Manchmal gehe ich mit meinen Freunden ins Kino. Kapitel 1 Übung A11 Über die Schulzeit Hören Sie die Berichte und ergänzen Sie die Informationen. Ich erinnere mich nicht gern an meine Schulzeit. Ich war ein schlechter Schüler. Das einzige Fach, das mir Spaß gemacht hat, war Sport. Auch nach der Schule habe ich viel Sport gemacht. Ich war Mitglied im Fußballverein. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich jeden Nachmittag Fußball gespielt. Unsere Mannschaft war sogar Fußballmeister der Stadt. Aber die Schule? Ich weiß noch, ich hatte eine Mathematiklehrerin, die war wirklich schrecklich. Deshalb habe ich nicht gern gerechnet. Und in Deutsch hatte ich auch Probleme. Mich haben eigentlich die Mädchen mehr interessiert als die Schulfächer. Bei uns hat die Schule damals um halb acht Uhr morgens begonnen. In den ersten zwei Stunden habe ich meistens noch geschlafen. Später, da war ich 14 oder 15 Jahre alt, haben mir Fächer wie Chemie und Physik Spaß gemacht. Und das Rechnen habe ich auch noch gelernt. Heute bin ich Ingenieur. Ich war eine gute Schülerin. Ich hatte eine sehr gute Deutschlehrerin. Und in Englisch hatte ich eine Eins. Sprachen haben für mich immer eine große Rolle gespielt. Heute arbeite ich als Journalistin und kann die Sprachen sehr gut gebrauchen. Mathematik und Physik haben mich nicht interessiert. In diesen Fächern habe ich auch manchmal keine Hausaufgaben gemacht. Und natürlich hatte ich keine guten Noten. Ich glaube, ich hatte in Mathematik eine 3. Unsere Schule hat um 8 Uhr angefangen. Und um 13 Uhr bin ich nach Hause gegangen. Mittwochs und Freitags habe ich nach der Schulzeit Tennis gespielt. Mein Name ist Susi Erdmann. Ich bin am 14. Mai 1980 in Düsseldorf geboren. Mein Vater ist Mathematiklehrer und meine Mutter ist Sportlehrerin. Meine Eltern arbeiten beide am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Düsseldorf. Mit drei Jahren bin ich in den Kindergarten gegangen und ab 1986 in die Grundschule. Von 1990 bis 1998 habe ich das Gymnasium besucht und mit dem Abitur abgeschlossen. In der Schulzeit hatte ich verschiedene Interessen. Ich habe mich für Geschichte, für Sprachen und für Kunst interessiert. 1998 habe ich an der Universität Köln ein Studium im Fach Geschichte begonnen. Aber das hat mir nicht gefallen. Von 1999 bis 2004 habe ich in Bonn Englisch und Französisch studiert. Im dritten Studienjahr, das war im Jahr 2001, war ich ein halbes Jahr zum Auslandsstudium in Manchester und im Sommer 2002 habe ich ein Praktikum bei der Firma Mercedes in Paris gemacht. Ich habe dort Texte über Autos ins Französische übersetzt. Das war ein bisschen langweilig. 2004 habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und mein Studium als Diplomübersetzerin abgeschlossen. Heute arbeite ich in der Presseabteilung der Firma Siemens in München. Ich übersetze Fachtexte und ich kann auch ausländische Gäste betreuen. Das macht mir viel Spaß. Ich bin ledig und habe keine Kinder. Kapitel 1 Übung A23 Phonetik Hören und wiederholen Sie Grundregel Der Akzent ist links. Heißen Arbeiten Gehen Fahren Schreiben Hören Spielen Wohnen Lösen Trennbare Verben Der Akzent ist auf dem Präfix. Aufstehen Einkaufen Fernsehen Anfangen Anrufen Einfügen Absagen Abschließen Abschließen Anziehen Nicht trennbare Verben Der Akzent ist auf dem Grundwort. Begrüßen Beginnen Besuchen Bekommen Vereinbaren Beantworten Übernachten Verlieben Beschweren 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 Bedanken Erkelten Unterhalten Verben Anrufen Verben auf Iren Verben auf Iren Verben auf Iren ist auf dem I. Studieren Organisieren Telefonieren Reparieren Interessieren Markieren Sie den Wortakzent der Verben. Einen Brief beantworten Termine vereinbaren Ein Problem lösen Freunde besuchen Gespräche führen Um 8 Uhr aufstehen Mit der Arbeit beginnen An einer Universität studieren In einem Hotel übernachten Tennis spielen Eine Diplomarbeit schreiben Ein Studium abschließen Die Kollegen begrüßen Kapitel 1 Übung A24 Der Tagesablauf von Katrin Hören und lesen Sie Katrins Tagesablauf Hallo, ich heiße Katrin Ich möchte etwas über meinen Tagesablauf und meine Arbeit erzählen Normalerweise stehe ich 7.30 Uhr auf Danach dusche und föhne ich mich Gegen 8 Uhr frühstücke ich 9 Uhr beginnt meine Arbeit Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit und manchmal stehe ich lange im Stau Jeden Morgen passiert bei uns im Büro das Gleiche Ich begrüße meine Kollegen, schalte meinen Computer an, lese meine E-Mails und koche für meinen Chef Kaffee Das hier ist das Zimmer meines Chefs Es ist viel größer als mein Zimmer Jeden Tag um 10 Uhr haben wir eine kurze Besprechung Von 12.30 Uhr bis 13 Uhr mache ich Mittagspause Ich gehe oft in die Kantine essen Meine Kollegin Martina bringt sich immer Brot mit Ich glaube, das Brot meiner Kollegin schmeckt besser als das Essen in der Kantine Nachmittags lese ich wieder die elektronische Post Schreibe Rechnungen, vereinbare Termine für meinen Chef oder organisiere andere Dinge 17.30 Uhr habe ich Feierabend Ich gehe dann einkaufen und ich mache etwas zum Abendbrot Abends sehe ich meistens fern oder lese ein Buch Kapitel 1 Übung B2 Lesen und hören Sie den folgenden Text Gute Zeiten für Akademiker Zuerst die gute Nachricht Akademiker sind seltener arbeitslos als andere Berufstätige Die Zahl der arbeitslosen Akademiker ist in Deutschland dreimal so niedrig wie die Gesamtquote Und die Tendenz ist positiv Das heißt, man erwartet in Zukunft mehr Stellen in akademischen Berufen Aber nicht alle Berufe haben gute Zukunftsaussichten Sehr gut stehen die Arbeitschancen für Ärzte, Mathematiker, Maschinenbau und Elektronikingenieure Finanz- und Wirtschaftsmathematiker können sich auf dem Arbeitsmarkt wie Fußball-Superstars fühlen So gut sind ihre Arbeitsmöglichkeiten Für Betriebswirte und Informatiker werden die Jobchancen schlechter Denn die Zahl der Berufstätigen mit Diplom hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt Doch gute Absolventen finden noch immer eine Stelle Die Zukunft für Biologen, Architekten und Juristen sieht schlecht aus Auch Lehrer für Fächer wie Geschichte oder Sprachen gehören zu dieser Gruppe Diese Studenten müssen ein hartes Studium absolvieren Und der Arbeitsmarkt bietet ihnen nur geringe Chancen Das Jurastudium zum Beispiel war viele Jahre lang eine gute Grundlage für eine steile Karriere Heute arbeiten nur 20% der Juristen in guten Kanzleien oder im Staatsdienst 80% kämpfen in kleinen Büros um das ökonomische Überleben 30% der Juristen in estructur 46% der Juristen imgua 40% der Juristen im Balkan 40% der Juristen